Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören später von Stephen King. Bisher gibt es mehr als 60 Romane aus seiner Feder. Dies ist das neueste Werk vom King of Horror. Gelesen von David Nathan mit seiner prägnanten, dunklen Stimme. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Wir nahmen die Treppe hinauf in den zweiten Stock, wo sich außer unserer am Ende vom Flur zwei weitere Wohnungen befanden. Unsere war die schickste. Vor der Tür von 3A standen Mr. und Mrs. Burkett und mir war sofort klar, dass etwas nicht stimmte. Mr. Burkett rauchte eine Zigarette, wobei ich ihn noch nie gesehen hatte und was in unserem Haus außerdem verboten war. Seine Augen waren blutunterlaufen und die Haare standen ihm in wirren grauen Büscheln vom Kopf ab. Ich sagte immer Mr. zu ihm, aber eigentlich war er Professor Burkett und lehrte an der New York University irgendetwas Kluges, englische und europäische Dichtung, wie ich später erfuhr. Mrs. Burkett stand barfuß nur im Nachthemd da. Das Nachthemd war ziemlich dünn. Ich konnte durch es hindurch fast alles von ihr sehen. Was ist denn passiert, Marty? fragte meine Mutter. Bevor er etwas erwidern konnte, zeigte ich ihm meinen Truthahn, weil er traurig wirkte und ich ihn aufmuntern wollte, aber auch, weil ich so stolz darauf war. Schau mal, Mr. Burkett, ich habe einen Truthahn gemalt. Schau mal, Mrs. Burkett! Beim Hinhalten hob ich ihn vors Gesicht, weil sie nicht denken sollte, dass ich auf ihren Busen glotzte. Mr. Burkett achtete nicht auf mich. Ich glaube, er hatte mich nicht mal gehört. Tja, ich habe eine schreckliche Nachricht. Heute Morgen ist Mona gestorben. Meine Mutter ließ die Tasche mit dem Manuskript zwischen ihre Füße fallen und schlug sich die Hand vor den Mund. Oh nein, das ist nicht wahr! Er brach in Tränen aus. Sie ist nachts aufgestanden und hat gesagt, sie will ein Glas Wasser trinken. Ich bin wieder eingeschlafen und heute Morgen lag sie auf dem Sofa und hatte eine Steppdecke bis zum Kinn gezogen. Da bin ich auf Zehenspitzen in die Küche gegangen und habe Kaffee aufgesetzt, weil ich dachte, der Duft würde sie aufwecken. Dann brach er wirklich zusammen. Mama nahm ihn in die Arme, wie sie es mit mir tat, wenn ich mir wehgetan hatte, obwohl Mr. Burkett ungefähr 100 Jahre alt war. 74, wie ich später erfuhr. Und da sagte Mrs. Burkett etwas zu mir. Sie war schwer zu verstehen, wenn auch nicht so schwer wie manche anderen, weil sie noch ziemlich frisch war. Trothähne sind nicht grün, James, sagte sie. Meiner schon, sagte ich. Meine Mutter hielt Mr. Burkett immer noch in den Armen und wiegte ihn irgendwie hin und her. Die beiden hörten Mrs. Burkett nicht und mich hörten sie auch nicht, weil sie erwachsene Dinge taten. Mama spendete Trost, Mr. Burkett heulte. Ich habe Dr. Allen angerufen, sagte Mr. Burkett. Als er dann da war, meinte er, dass sie wahrscheinlich einen Schlag hatte. Wenigstens glaube ich, dass er das gesagt hat. Er weinte so sehr, dass er nicht gut zu verstehen war. Er hat für mich beim Bestattungsinstitut angerufen, die haben sie weggebracht. Ich weiß gar nicht, was ich ohne sie tun soll. Mrs. Burkett sagte, wenn mein Mann nicht aufpasst, wird er deiner Mutter mit seiner Zigarette noch das Haar versengen. Was er tatsächlich tat. Ich konnte die schmorenden Haare riechen. Ein Gestank wie beim Damenfriseur. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Wieder gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie euch das Hörbuch gefallen hat. Das umgekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 7 Stunden und 40 Minuten. Das Hörbuch ist am 15. März 2021 bei der Hörverlag erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informieren.